Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich will es auch nur... Habe ich überhaupt eine starke Waffe hier? Nein, ich bestimmt nicht. Upsa. Ist klar, jetzt hat natürlich das Vieh vergessen, herzukommen, oder? Ja. 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 Ja, komm mal her. Boah, hier ist doch einer. Ich weiß gerade nicht, wie ich strategisch vorgehen soll. Hallo. Jetzt war es zu früh. Ah, jetzt war ich zu nah dran. Ja, klar, wenn man dann nicht mehr reinküsst, ist es ja super. Eventuell war das sogar noch der beste Lauf. War es wahrscheinlich auch. Deswegen speichere ich hier. Also, ich will wissen, ob dieser Heli gut gesinnt ist. Ich bezweifle es zwar. Okay, die schießen auf mich. Okay, alles klar. So, jetzt habe ich die Gewissheit, dass es auch wirklich so ist. Alter! Ein Schmus. Ja, es hat keinen Unterschied gemacht. Ich habe es direkt verkackt. Instant verkackt, nennt man das. Lauf doch rein, Mann! Ein Schuss! Hey, Dankeschön. Ich speichere hier auch nochmal ab. Äh. Nein. Die sehen mich nicht. Das gibt's doch nicht. Die sehen mich nicht. Was, hier ist kein Durchgang? Oh, leck, leck, leck. Oh, shit. No, 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 no. Ich glaube, ich habe verstanden. Speichere ich mal auch nochmal kurz hier ab. Ich bin so dumm. Oh, was ist denn los? Ey, diese Maus regt mich so auf. Und das ist schon die zweite oder so. Hä? War das der Heli überhaupt? Aber hier geht's runter auf jeden Fall. Da ruft ein. Nee, ich soll einfach nur warten. Einfach nur warten. Ich bin so ein Fail-Opfer. So ein Fail-Opfer. Ich bin so ein Fail-Opfer. Ich bin so ein Fail-Opfer. Ich bin so ein Fail-Opfer. Ei, 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 ich bin durch. Oh, oh. Ich glaube, ich soll gleich dieses Ding, äh... Was passiert hier? Ich sollte erstmal noch bei dir hier bleiben. Ich bin so ein Fail-Opfer. Okay. 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 Direkt mal speichern und hier sollen wir jetzt drüber balancieren. Okay. Also Opposing Force hat auch neue Ideen quasi hervorgebracht. Ah ja, guck mal, wie ich mir gedacht hab. Du, ist ja noch so einer. Boah, ey. Da kommt man nicht mehr zum Speichern. Ich würde gar nicht mit so einem Auto hier rumfahren. Schade. Alter. So langsam, ähm. Und zieht sich hier Opposing Force zu meinem Hassteil der Half-Life 1 Reihe. Denn ich finde, ich mag so, man könnte sagen, unnötig schwere Spiele. Ich will wissen, ob da jetzt Black Ops kommen oder meine Freunde. Juuu. Okay. Darauf gibt's auch keinen Anhaltspunkt. Das ist sehr schade. Ist ja auch so ein Taschenrechner. So, mal am Rand bemerkt. Okay. Fuck. Fuck. fuck oh shit oh, diese scheiß fucking Ameise das kann es doch nicht sein boah, perfekt speichere ich mir ab oh, weil es so gut war ach so, ja, klar ah, ja, okay wieso nicht, Spiel wieso nicht hetzt alles gegen mich hier fick dich, fick dich, fick dich wow, was, 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 wo, wo wow shit was habe ich für Waffen Was erwarte ich von 3 HP? Was geht ab? Speichern. Der Lauf ist zu gut, um nicht gespeichert zu werden. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund und hoffe, dass nichts mehr passiert. Okay, ich muss da hoch, vorher Kisten schnippeln. Boah, gut. Ja, verstehst du, warum? Ich werde einfach hier warten. Geil, dass sich die zwei Sounds-File eben überschnitten haben. Aber viel brisanter ist, dass Black Mesa wohl komplett in die Luft gesprengt werden soll. Das ist awesome. Und das müssen wir jetzt noch verhindern. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Aufgabe, die wir haben. Ähm, Kulisch? Ich habe mich nicht entdeckt. Ach, jetzt auf einmal. Machen wir es anders. Okay, ich komme da nicht durch. Geschossen. Das ist ja nicht shitty jetzt. Also muss ich wieder in diese offene Konfrontation gehen. Die ich nicht unbedingt mag. Oh, shit. Goooood. Ich mache die Tür erst auf, wenn jemand die Bombe entschärft. Was ist denn eine Bombe? Wo? Okay, diesmal gab es nichts in Kisten. Ah, da sind noch Kisten. Habe ich gespeichert? Ich weiß, ich, 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 äh, weiß es nicht. Wo ist hier überhaupt eine Bombe? Ich sehe hier gar nichts. Okay. 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 ? Okay. Okay.